Hallöchen, ihr Barnausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde In The Sea mit dem lieben Schwammbolster, sag mal hallo. Hallo Barnausen. So. Ich hab da noch ein bisschen Eisen. Bin gerade mal überlegt, ob ich nicht noch ein bisschen Knochen mal investiere. Baum. Okay. Die Frage ist natürlich, inwieweit das hier unten am Obst bauen dann. Das ist halt die Frage. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Das Problem ist, dass ich noch fackeln. Die Kohle haben wir halt. Ja, aber kein Holz für fackeln, das ist das Problem. Ein paar Planks sind hier noch drin. Aber das war auch dann. Sieben sind hier noch. Hier bis halt nur zwei Fackeln. So. Ich glaube noch eine Quest zum Claim habe ich gerade noch gesehen. Ich hab mich die da. So. So, so, so. Ich bin dann wahrscheinlich recht bald mit Britannien anfangen, aber da brauchen wir aber das Holz zu führen. Ja, für den Stick, das ist richtig. Ja, und für den Living Wood, dann ist ganz so weg. Ja, auch. Und schon wieder zu essen, richtig. Oh, hi. Gott, was stimmt mit der Schwurke. Blödes Sly. So. So. Wenn ich Eisen habe, dann kann ich die nächste Quest vielleicht fertig machen. Ja, genau. Ja, genau. Wenn du mal eine blöde Frage bekommst du, wie kommst du denn in Gravel, Dustin Sand, wenn du mit dem Kompress-Hammer nur Poppels rauskriegst. Äh, ja. Da muss ja Kompress-Kabel-Stone klopfen dann. Ja, ja, Kompress-Kabel-Stone klopfen dann. Ja, ja, Kompress-Kabel-Stone klopfen. Ja, logisch. So, ich höre hier gerade mal ein bisschen aus, um da unten mal so eine kleine Baumpfammer zu machen, weil drüber wachsen sie einfach nicht. Zu wenig Platz wohl. Ja, nehme ich auch. Einfach ein bisschen zu wenig Platz. So. Mache ich jede Menge Kabel-Stone dann her. Zu sieben. Ich sollte aber fast nur ein bisschen Holz haben, weil ich habe keine Facken mehr. Ja, dann musst du da die Planken rausnehmen, die noch da sind. Ah, da haben wir noch 10 Sticks. Komm, dann nehme ich die erstmal. Dann mal 14. Bim. Nix. 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 Weil Kohlig finden wir wirklich. Oh, ma. Ja. So. Aber kein einziges Eisen ist er nichts. Ich glaube, dass das vielleicht anders kommt. Obwohl Kupfer war ja auch da. Kupfer war da, ja. Aber Eisen ist natürlich was anderes. was keine ahnung anfeuert crucible okay ich habe noch mal das jetzt gerade ein kauer in end rausgeholt habe ich schon leben ja ich hab schon aber da muss man sticks verbrennen damit die zu asche werden okay stimmt da war was ich hab ich hab ich hab ich gerade sage er stimmt da braucht die ja was ich naja bruchte als ich brauchte jeder nicht mehr ja genau auch schon braucht man immer verlegt hat vieles wir sind dafür wie was für aber eine kiste kann man so sagen auf jeden fall haben wir kein problem des leimbelts ich stieg auf faszinierend dass die aus dem stein rauskommen habe jetzt so alle nix hier ich lese gerade nur was und in questpicks okay so nochmal das ganze ja die frage ich sechs hoch reicht es für fichte bäume ich glaube wir müssen ich glaube ein bisschen acht oder so auch längst zu reichen fichten können ja schon ziemlich hoch werden also ja gut auch bei mir kann ich auch hoch war da ich hätte sechs aber noch mal sechs so wenn er gehen wir gehen noch mal zu quest updated drehen wir aber jetzt die meldung kriegt viermal ist gleich genießt für dich aber nicht morgen hat das exakt ist und der lab war gefunden und fertig sehr schön klein wenn du so weitermach sehen wir in zwei folge durch boll ich habe lampen gekriegt phänomenal sieben zwei folge fertig mit dem kräftigen da sind da sind ja noch einige immer so lange einmal mit dann möchte ich den crucible darüber dann haben wir doch schon was ich wäre auf jeden fall dann dafür haben uns das heavy c brecht ja klar da sowieso so was sagen die nächsten quests das machst du schon extrem deutlich wenn er das kompresstrick ist Dann mit den Seeds, die Quests ist ja auch geil. Da muss ich ganz viel Erde für haben. Die Frage ist, ist der Boden unter uns aus Erde oder ist der aus Gravel? Guck mal. Na ja, Gravel. Schade. Alles Gravel. Okay. Ähm. Achja, die Lampen, die kann ich mal wegbauen. Die sind da doch, eh? Ey, da fehlt ich mal zwei Erdblöcke. Die Actual Editions Lampen sind da, das ist cool. Die sind nicht schlecht, die Dinger, tatsächlich. Relativ günstig zu bauen und die machst du mit... Weil wir das Schiff rechts klicken, machst du die aus, genau. So, jetzt haben wir zwar Magenta Lampen hier hinten, aber ist ja schlussig. Die hätte ich ja eher jetzt hergenommen und hätte gesagt, dann stellen wir's durch die Bäume rein aufs Boden. Genau, ja. Wir haben ja noch welche. Genau, ja. Wir haben ja noch welche. So, das heißt, wir brauchen... Tinkers, ja, Tinkers ist natürlich... Geil, aber ich kann mal weiter nach unten mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Ich mach jetzt dreimal die Baumform noch schnell fertig. Ja, klar. Dann würde ich gleich, vielleicht anschließend nach rechts rüber, vielleicht nochmal so ein... Kleiner Darkroom mal ausheben, mal gucken, ob er spawnt. Normalerweise müsste er eigentlich. Weil Mobs sind nicht aus. Ähm, die gingen spawnen ja auch draußen. Äh, Tittenfische. Tittenfische, ja. Na gut, aber das sind eine friedliche Kreatur. Die spawnen da auch friedlich. Ja. Ich weiß gar... Tinkers Konstant ist ja auch kein Tinkers Konstant Spitzhack, die wir mal rücken. Schleimig. Mit was? Mit ihrer Barriere mit Schleim vielleicht? Ich weiß nicht, was der Kopf ist. Oh, oh. Warte. Oh, oh. Ich war voll Stillstand. Ich raf im Server. Noch ein bisschen drauf. Nee. Ich hoffe, er fängt sich wieder, der Stürzt nicht komplett ab. Ich werde mir aufnehmen schon wieder im Arsch. Ich mach jetzt einfach... Ich trigg jetzt einfach mal gar nix. Ja. Ich komm live an jetzt den Screen einfach sehen mit... Gravel Hintergrund, aber ich kann nix machen. Ich stehe bei 3FPS still und... hab... schon ein Hintergrund, wie wenn der reinladen würde. Ich weiß. Ich weiß nur die Spitzhack in den Tinkers Konstant reingelegt. Wollte ich reinlegen. Ich will mal vielleicht ganz kurz einen Cut machen. da hab ich raus. Ja, sicher. So, da sind wir wieder. Nach dem Absturz. Und wir haben natürlich rausgefunden, woran es liegt. Das ist die Slime-Spitzhacke. Also jeder, der versucht, die Slime-Spitzsacke in die Toolstation zu packen, könnte sein, dass das Spiel aufstürzt. Ja. Bei dir war es jetzt auch so. Und natürlich ist der erste Teil von der Aufnahme bei mir ist jetzt defekt, kaputt, wie auch immer. Daher ist die Folge jetzt einfach ein bisschen kurzer. Der erste Teil, ich hab nix verpasst. Ich hab einfach hier oben die Steine ausgelopft. Wir waren nicht. Also nix spektakulär. Oh, ihr habt auch die gefunden. Ja, ne? Oh, das ist gut. Ja. Gummell. Gummell. Ne, falsche Sache. Ne, doch, warte. Äh. Aber doch hier. Und nicht wenig. Ja, ne, dann kann ich sieben. Ja, ein paar Blöcke lassen mir auch bitte. Ja, ja, dann schon klar. Aber, wenn er dann ein bisschen sieben will, dann zieht's. Weil ich wohl dann oben auch vielleicht noch, äh. Guck, die beiden aus, die kommen von hinten. Ja. Kein Ausweis. Von hinten kommen. Erde, Erde, Erde. Also ich war noch nie im Mod, ich hab noch nie gesehen, dass jemand so wild auf Erde ist. Hast du genug Erde? Ja. Ich hab jetzt übrigens Deck, ja. Ja, gut. Ähm, die, die, die ich hab, die sieb ich dann mal hin. Wie gesagt, wir sollten eh dann relativ fixen. Wann ja dann anfangen? Ja, da müssen wir aber erst hin. Wir müssen erst, ähm, noch ein paar Quests vorher machen, ich weiß noch nicht welche. Ja, gut, dann können wir keiner trotzdem anfangen. Also ich bin, unabhängig von der Quest, das ist schon eigentlich relativ. Von der Sache her erstmal. Genau, deswegen mach ich das nämlich. Wir müssen nämlich Joves Farm fertig machen dafür. So, das war gar, das war erst, äh, klar, das kann natürlich nicht funktionieren. Guck mal, was ist interessant. Steinschaufeln mit Flint reparieren zu wollen, das kann nicht funktionieren. Äh, Setzling wollte ich mitnehmen. Weil der ist nämlich immer noch nicht gewachsen hier, der Fichte-Setzling da. Doch mal lässt die, der unten jetzt wachsen. Ich hoffe auch, ja, weil der ist echt lange wieder dort. Ansonsten müssen wir uns einfach ein Aufsetzling her holen oder wie einfach. Pflanzen jetzt extra mal hier im Mitte, nein. Die, der vielleicht ein Problem hatte, wäre in dem Kirschbaum, wo der drin stand. Das kann auch sein, ja. Auch, weil ich weiß nicht, wo wir die Erde ausgraben haben, dann mach ich mal einen Darkroom für den Mobs. Ja. Einfach mal zu sehen, ob ich überhaupt was bombe. Ich bin immer riesig vorbereitet, mach ich 3 hoch. Das ist einmal das Elende, wenn du Unterwasser baust. Hast du das schon mal gemacht? Eine Unterwasserbasis? Ne. Das spawnen auch laufen Mobs. Weil du, das ist dann wie im Skyblock, weil die können ja nirgendwo anders spawnen im Prinzip. Außer dann bei dir. Das heißt also quasi, hier müsste es demnächst ein riesen Mob in. Normalerweise müsste da auf jeden Fall was spawnen. Ich glaube da alles, Exotic Seeds, Akazier. Wow. Doch so viel. Bin begeistert. Soll ich den Arm jetzt ganz zu machen, oder? Nein, lass einen Block offen. Ja. Mach einen Slap rein. Wisch witzig, wo soll ich denn herkriegen? Äh, warte, ich bring dir welche. Ne, kann ich keine selber holen. Torge funktioniert nicht, schade. Geh. Das war Holz. Holz Slaps. Boah. Unser Holzhofer geht. Musste ich doch. Für die, ähm, für die Barrel. Musste ich da bauen. Achso. Wollen wir die wieder zusammenkräften? Ja. Ja. Ja, brauchst ja noch einen. Aber hier ist ja jede Menge Kies da unten. Ah, gut, ich muss ja jetzt hier weg, weil sonst spawnt ja nix. Aber ich grabe jetzt den Kies noch schnell raus daheine. Ach, ja, ja. Sonst spawnt natürlich nix, wenn ich daheine stehe. Hm, ne. 24 Blöcke. Muss man entfernt sein. Guck mal, da ist das jetzt reich, wenn ich daheine rummuche. Ja, so, wer war der nächste, was wir bauen, ey? Das ist fast Heavy Sieb. Oh, das einzelne Blöcke, die du ich durchjagen mir, dann geht ein richtig auf den Nüsse. Kriegen wir den nicht hin, den Heavy Sieb? Da muss ich gar kein Holz mehr drauf. Nee, da brauchst du ja die Loks für, das ist das Problem. Ja, aber bloß fünf Stück. Ja, nur. Da ist ein Baum. Wenn ich jetzt wüsste, dass das mit dem Kirschholz funktioniert, hätte ich ja doch weghauen. Nein, das weiß ich nicht. Das ist das Problem, weil das geht halt nur aus Fuß und so. Das ist halt das Problem. Geht noch mehr Fichte, setzt den da oben rum. Da oben drei Stück standen da. Soll ich jetzt vielleicht noch mal, doch noch mal so ein Holz... Hast du noch vollen Mehl? Nein. Ich hab noch einen Block da. Soll ich den jetzt? Ja, auch noch kaputt. Aber jetzt erleichtern wir uns immer gut. Wenn wir da drin kriegen. So, wenn wir jetzt noch... Large Ahorn. Large Ahorn. Large Ahorn. Das ist Ahorn. Beetroot, Potatoes, Karotten... Das ist gut, wenn wir den komischen Food Mod drauf haben. Ja, Spice of Life. Ah, guck mal, der Plattenmon ist weißing. Ach, die reißt der auch? Oh mein Gott. Hammer. Bei mir steht der Blutmodgehend auf. Aber... Da reißt der wieder. Guckst du, wobei es drin ist. Guck mal, wo ist der irgendwo... Nö. Aber ich sehe Mobs auf der Karte. Ja, klar. Ich sehe rote Punkte auf der Karte. Also muss man spawnen können. Also muss man spawnen können. Weißt du, was ich probiere jetzt einfach mal? Was denn? Hier mit dem... 3... 4... 5... 3... 3... 2... 2... 3... aber ich weiß nicht was ich da für Mesh brauche Nix passiert Baum Nix passiert, nix passiert Baum Die Stämme stehen wieder Ahja Ok Wow Das hat genau für einmal sie begreift Ja Das ist klar Die Dinger sind Die Silkebäsche sind sowieso Für den Arsch eigentlich Wie schreibt man denn das Ding eigentlich das Mesh Aber Wir haben so wenig Platz Äh 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 Ich finde die Mesh gar nicht hier Ich weiß nicht wie die auf deutsch heißen Ich weiß nicht wie die auf deutsch heißen Wie heißt es auf englisch? Mesh Wie schreibt man das? M-E-S-H Ah Da gibt es nur die Iron Mesh noch Genau Holz und Iron gibt es Nix Eisen So viel Tschau M-E-S-H Wir haben ja auch zwei Toll Ja Ich bin ich arbeite dran Problem ist nur Aber ich muss irgendwie Ich pack da so lang So eine Essenskiste Das, was ich aus der Erde gesiebt hab Sonst hab ich absolut keinen Platz Holt Da waren Sticks Das sind wieder Sticks Ja die hab ich grad weggeschmissen Das ist ein typischer Wie ist das? Das war das Die kommen Und dann Deine Los Die 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 Da hab ich alle Mäsch durch. Ich hab noch 3. Vielleicht reicht das gleich mit dem Eisen. Alle 15 Eisen sind jetzt da. Alle 3 hab ich jetzt. 3 Erz, Eis, Erz, Kies. Die Hexens. Aber wir sind nicht klein zu glauben. Hast du schon Hammer? Ja. Ich wollte nämlich gerade ein Bauer. Das geht mit dem auch. Ja. Ah, okay. So. Wie viel Eisen braucht man für so ein Mäsch? Äh, du brauchst Eisezäune. Das heißt, du brauchst 6 Eisenbahnen. Okay. Haben wir. Haben wir. Okay, cool. Also so kommen genau 6 Paus. So. Dann brenne ich die mal eben. Und dann machen wir die Folge, denke ich noch. Dann hast du nicht so eine ganz kurze Folge. Ach, wer meint meiner schön hier. Ja. Aber ich halt auch verwöhnt. Ja, das ist richtig. Jetzt muss ich schon ehrlich sagen. ich gucke jetzt gerade mal kurz zu den Mopsen und ob da was gesponnt ist mittlerweile warum ich nicht wachse so stehen wir warum da nichts wollen weil sie auch nicht woher sind denn die Mops bitte? das weiß ich auch nicht wo die sind auf jeden Fall seh ich vielleicht auf der Karte vielleicht die Höhle da unten oder so hier wo ich jetzt gerade bin ich bin ja ich bin ja schon ein bisschen weiter unten wir sind da vorne sind ganz viele ein Stückchen weiter nach rechts westen äh osten ich bin ja du bist dran na gut dann würde ich sage ich bedanke mich bei fürs zuschauen hoffe es hat ich falle schaut nächste folge wenn es weiter geht bis dahin bleibt uns gewogen hinterlasten bewertungen kommentarschaft beim kanal vorbei link dazu wie immer in der video beschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten mal ich danke euch tschüss Tschau Tchau 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 Untertitelung des ZDF, 2020